Musik Komm schon, los! Sieg, warte! Ich habe doch gesagt, alles unter Kontrolle Akzeptiere einfach meine Hilfe Ich weiß, du bist ein Superheld und so Aber du kannst nicht alles alleine machen Schütze den Ausgang und meinen Arsch Ich kümmere mich um den Phosphor Wir wollen ja nicht, dass Mary da nochmal rauskommt Du willst sie mit ihren eigenen Bomben erledigen? Die Sonne wird jeden Moment aufgehen Sie wird hier gefangen sein Das ist unsere Chance Das ist ein verdammt guter Plan Legen wir los Alles klar, wir halten hier die Stellung Nur das Problem ist, grillen wir nicht auf sie? Ich meine, die Kleinen hier, easy Resident Evil Zombies Die hier könnten ein Problem werden Noch eine Ladung Der Klingenvampir Einen Treffer Und wir Boah, der will ran Der will an den Sarg Mary oder Barry Ach, Mary 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 ist immer noch ziemlich angeschlagen Kein Thema Energie Ich brauche Strom Ich brauche Energie Wo will sie hin? Nein Nein Was zur Hölle Du kannst dich nicht wehren Du kannst dich nicht wehren Wo ist Mary? Oh yes Getroffen Komm schon Sieg beeil dich Irgendwie kommen hier immer wieder mehr Zum Glück haben wir jede Menge Strom Weg mit dir Wow, 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 wow Woher kommen die alle? Autsch Al Capone Als Vampir Als Vampir Immer schön hier runter mit denen Alles klar Die alte Mary kommt wieder Ich bin beinahe down Ah, nein Oh Gott, nein Jetzt sterben Jetzt sterben Komm schon Oh shit Nein, 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 nein Nein Oh, ich will leben Okay Nein Ach, kacke, Mann Und wo genau sind wir jetzt? Fast geschafft, Partner Okay, noch eine Runde mit Mary Okay, das waren so viele Ich konnte eben gerade keinen Strom saugen Und wie man sich denken kann Kann ich hier unten keinen Ionensturm oder sowas in die Richtung Aber ich denke, wir sind hier bei der letzten Welle Das müssen weniger werden Wie viele kommen denn hier? Man denkt, die hier machen keinen Schaden Aber sie machen Schaden Extrem sogar Schau dir die an Die hatte eine Keule in der Hand Woher bekommt man so eine Keule mit Nägeln drin? Beil dich! Oh No Mary Mary Wer flucht? Ich hab sie getroffen. What? Was war denn das für einer? Wieso zur Hölle verliere ich gerade so viel Lebensenergie? Wer macht denn hier so einen Schaden? Der Höhlenmensch? Ja, hier drüben. So ein bärtiger Zottel. Ja, genau der hier. Okay, Lady. Hui. Alles klar, Vampir-Notten. Hat jemand die Notte gesehen? Mary. Verzieh dich hier. Ein Vampir ist noch am Leben. Der da unten. Kling-Vampir. Kling-Vampir. Hat er eben gerade einen Schlag von mir davor überlebt? Alles klar, jetzt kommen wieder viele. Boah, hier fliegt ja wirklich alles durch die Luft. Na toll, Vampir-Notten. Nein, 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 nein. Diesmal waren wir ein bisschen schneller unterwegs. Vampir-Notten. Nein. Erledigt. Okay, Mary. Und jetzt raus hier. Alle Zünder sind aktiv. Oh, scheiße, Cole. Die Sonne. Wir müssen raus aus dem Loch und es abfackeln. Und jetzt raus hier. Und jetzt raus. Hahahaha. Spürst du es schon? Du gönnest jetzt mir. Für immer. Folge meiner Stimme! Komm schon, Mann. Ich helfe dir! Komm schon, Mann. Weiter so! Nein! Nein! Scheiße! Jep, das war eine verdammt schöne Pyre Night. Und überhaupt, wenn ich nicht gewesen wäre, wären alle hier Blutsauger geworden. Hey, komm schon, es ist wahr. Oh nein. Das meiste zumindest. Naja, teilweise eben absolut wahr. Du bist wirklich ein schlechter Lügner. Hast du noch mehr Tricks auf Lager? Ähm, äh, ja. Du kannst ja gerne mit zu mir kommen. Dann zeige ich dir, was ich kann mit einer Feder, einer elektrischen Zahnbürste. Ah, Sieg, perfekt. Ich hab dich schon gesucht. Hör zu, ich hab da ein kleines Problem. Hey, hey, hey. Ich, äh, mein Amp ist ins Wasser gesetzt. Cole, Cole. Ich bin grad beschäftigt, Mann. Tut mir leid. Ich helf dir. Hät Lust mal wieder zu schwimmen. Besonders bei dieser Hitze. Äh, willst du nicht? Lass mal. Na komm. Ähm, ja. Ja. Geht nur. Diese Biere trinken sich auch nicht von selbst. Danke für die Story, Sieg. War sehr lehrreich. Ah, shit! Was für ne Nutte. Tja, das war's. Infamous 2 Festival of Blood. Der DLC. Extrem cool. Was soll man groß sagen? Ich liebe die Serie. Ich liebe alles, was damit zu tun hat. Und genau so sollten eigentlich DLCs aussehen. Hab ich gerne gezahlt, die paar Euros. Wir sehen uns dann beim dritten Teil. Wie immer danke fürs Zusehen. Und... Tschüss! Musik 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 Kling Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018